Moin Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei Troubled Interest Storm Blitz mit Dalu, Fiss, Juli, Kunran, Maxi, Niels, TauTau und Special Guest Sexy Jay. Hallo! Hallo! Nicht mehr der normale Jay ist dabei. Ich hab doch ziemlich gesagt, dass der Special Guest die deutsche Synchronstimme von Reinhard aus Overwatch wird. Ich fühl mich betrogen. Was? Sexy Jay. Was ist da? Sexy, Sexy? Was ist denn jetzt Blitz? Das hat mir Dalu nie erklärt. Oh! Nicht erklärt, Mann, Mann. Sag mal, ich sag Blitz Dalu. Funktioniert das? Ja! Das war gut! Warum? Das funktioniert nur, wenn du Inno bist. Achso! Ja, das ist doch gut. Bin ich ja. Oh, ich dachte, ich sterbe Dalu. Dann dachte ich, ich kill mal ein. Was hab ich jetzt auch grad ein? Ja, Dalu muss jetzt getötet werden. Oh shit, Dalu war ja eh getötet. Oh, jemand hat's angezogen. Das Problem ist, dass Jay vielleicht nicht weiß, dass man nur als Inno blitzen darf. Maxi ist es. Ich darf blitzen. Ich bin Inno. Da hast du Glück gehabt, du. Hab dir gehört, dass es Maxi ist? Das ist ein heiliges, das ist Gentlemen's Agreement. Da lügt man nicht. Ja, da lüge ich auch nicht. Ja. Dann glauben wir dir das. Fisk. Als darf man nur einmal eine Aufnahme-Session machen, ne? Jetzt hab ich meinen schon verkackt. Wer schießt da? Das Problem ist, dass da, also wenn du geblitzt wurdest, darfst du auch nicht mehr reden. Mhm. Aber du darfst dich natürlich wehren. Ah. Okay. Und ich find hier viele Leih an. Also Fisk ist safe, Leute. Ja, ich bin hinterordentlich. Ist Fisk safe? Warum ist Fisk safe? Julie und Kundran bleiben nur noch. Warum? Ist Dalu denn schon tot? Mit Grant und Nils hab ich hier den Schlawiner in der Dusche erwischt. Das kann ja auch immer noch erwischt. Das kann ja auch immer noch Dalu sein. Nein. Achso, ich dachte, der wär tot. Also ich wurde vorhin angefackelt, also bin ich's nicht. Das war der... Jeder wurde angefackelt, aber ist okay, Julie. Achso. Ich hab euch nicht gesehen, ne? Da ist Kundran. Ja. Kundran oder? Dalu ist immer noch allein. Ja, also Dalu ist immer noch. Ich denk mal, vielleicht verschreckt das wieder. Wo wird denn hier gegessen? Und Fisk, warum kommst du nicht weg? Ja, ich hab die Runde überlebt und einen Traitor gekippt. Oh nein. So ein Kack. Warst du Julie? Julie war's. Ja. Ja. Die wurde angebzündet am Anfang. Ja. 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 Da blitzt er mich einfach. Boah, der ist einfach so. Der versteht die Regeln. Du darfst nicht blitzen. Moment, also... Also nur ein Inno darf blitzen. Dann, wenn du das halt machst, bist du halt automatisch safe, weil du als Inno blitzen darfst. Du darfst zwei Namen nennen. Nur einmal Possession. Du musst aber nicht zwei nennen. Und die Person muss dann abgeschossen werden. Also wenn man sie sieht, muss man auf sie schießen. Und die Person darf nicht reden. So eine Scheiße. Da bist du nicht mal gestorben. Das heißt, ich hab jetzt schon einen Blitz versaut. Ich glaub das jemals vorgekommen ist bisher, dass jemand geblitzt wurde und die Runde trotzdem noch überlebt hat. Doch, 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 doch. Schon öfter. Das war aber selten, ne? Aber... Du bist... Wer war das? Du bist ja selbst... Inno sind damit. Richtig, selbst wenn die Person nicht stirbt. Du ja safe. Meinst du ist der Premierwaffe? Eben. Äh, sort of. Zu gut fahren. Da ist er schon wieder. Ich war bei Jack. Ja. Aber eigentlich wollte ich schießen. Oh Gott. Ich wollte aufpassen. Dann hau ich jetzt ab. Guck mal leid. Komm, war mir nur noch... Der Durchgang ist verstopft. Ja, ja. Wann nicht betreten werden. Na komm. Kundran, wo warst du? Oh, Kunran, 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 Kunran. Ja, okay. Ich glaub, es ist Kunran. Es ist Kunran und Juli blocken. Nur weil Maxi Kunran sagt. Ich block, weil ich viel gegessen hab heute. Ich meine auch, ich könnte Fisk sein. Maxi? Weiße. KUNRAN! Er schießt auf mich! Wo denn? In der Unterte. Ich schieß auf gar keinen. Ich schieß auf gar keinen. Man bin ich nicht mit Kundran. Doch. Nein! Ich hab grad den Sternkapp. Ich glaub in der Duschranke. Mhm. Ja. Ich bin hier tot. Kundran, ah! Ich schießt was tot! Übung. Nahrung. Mit draufgeschossen. Der Detektiv... Oh oh. Der Detektiv regelt, hoff ich. Ja, ja. Ja, gut. So. Gebt mal alle weg. Ja. Ich habe Angst. Achtung, hier kommt Fisk. Hallo. Seid ihr? Moment, Fisk, du bist da noch... Fisk und Juli, ihr könnt euch duellieren. Ja, komm raus auf den Hof, bitte. Oh, shit. Treffen wir uns im Hof. Es ist Fisk. Stehen. Juli, schnell, da, wo das explosive Fass ist. Außen. Der hat mir gerade einen Armeel gerufen. Na, jetzt. Gott, second chance niemals. Bei dir, der Scheiß. Ey, jetzt nicht. Ja, und, Jay, ich gebe dir bei uns den Tipp, wenn du einen Traitor erschossen hast, nicht direkt zu Leichen zu rennen. Viele kaufen noch eine Märtyrer-Granate. Was? Eigentlich hauptsächlich bei tausend. Solltest du eine Märtyrer-Granate kaufen, dann schreib danach in den Traitor-Chat M, sodass die Buddies auch wissen, dass sie auch nicht an deine Leiche gehen sollen, wenn du stirbst. Das ist, also im Team-Stay schreiben wir dann einfach mal M, das steht für Märtyrer-Granate. Wenn man das aufdeckt, dann explodiert das Ding einfach, oder was? Ne, wenn er stirbt, explodiert drei Sekunden oder zwei Sekunden später eine Granate. So wie in Mann on Warfare. Okay, aber nicht nur beim Check, alles klar. Aber meistens denkt man, jawohl, ich hab ihn gekillt, ich guck mal, ist der Eon tot. Passiert trotzdem immer, obwohl es jeder weiß. Fällt mir auch. Ja, wenn du Tautor tötest, erst nicht hingehen. Genau. Aber er ist nicht. Was ist das schon wieder? Macht er ja schon immer das Random Event? Oh, ich hab euch schon wieder mein Freund gefunden. Das ist halt das Schöne. Wenn du das eine Explosive ist, fahrst, vorsichtig. Ach, Grants. Man sieht, du bringst sie auch, wer in der Punkte spielt und wer nicht. Sehen wir die mal. Die Tosse. Meine Tosse, meine Tosse. Sag ich dir. Ja. Gleich krieg ich schon ein... Oh, je. Ich könnte nicht blitzen, wenn ich Bock habe. Hättest du jetzt den Dede weggehauen. Das könntest du machen. Du wirst mich auch blitzen. Ich weiß das jetzt schon. Was früher oder später. Macht er Nils? Hier und feiert ihr gerade Party. Ich weiß nicht, ob er versucht Pop-Kills zu machen, oder was? Arsch. Pop-Kills. Jetzt, ah! Pop-Kills. Du wirst immer noch hin. Pop-Kills. Du wirst immer noch hin. Jetzt machen wir mal was. Auto, bist du auch hier? Wo? Wo ist hier? Da, wo die Party abgeht. Auf den Toiletten. Nee, bin ich nicht. Hier passiert gleich was. Ich wurde getroffen vom Eimer. Von Eimer? Vom Eimer. Nils, Alter! Ups, ups. Hier ist Rauch. Ich sag ja, er proppt da rum. Der wurde grad geduscht. Das ist noch der Dampf. Ja, das ist sicher. Alle sind hier angeschossen, in dem Scheißraum. Oder jemand hatte Chili. Hier wurde jemand angeschossen. Ich glaub, hier ist was anderes passiert. Angeworfen. Angeworfen. Au! Ich werde hier. Oh, ey. Gezirrtet. Wow! Was? Gleich kommt der Friendship. Gleich kommt der Friendship. Ich musste mir den Weg freischieben. Ach so. Tauta, wir brauchen dich hier. Nein. Hier passiert gleich ein Mord. Kannst du dafür kurz weggehen? Ist ja auch eigentlich nicht, wenn einer das passiert ist. Ist jemand tot? Ich bin schon sturmgefallen. Das will ja keiner hören. Ups. Ups. Arno ist von uns gegangen. Keine Ahnung. Wo du ich? Alter, das muss nicht da gewesen sein. Das war total leicht geworfen. Ich geb's ja zu. Ja, ja. Immer die Traitor, die so tun. Ach, Fisk. Ach, der arme. Oh, Kunran. Oh, keine. Das war Kunran, glaub ich. Nein. Juli, war das Kunran? Vielleicht, der hat das runtergeguckt. Oder Grant. Maxi, ist es. Was macht ihr denn? Das ist Maxi. Da ist noch irgendeiner hinterm Feuer. McFly ist bestätigt. Okay. Ja, ich. Da war Maxi grad. McFly rennt zum Ding ins... Den Hof. ...duschraum. War's so nötig, die Dusche, oder was? Ja. Oh, die andere? Kann nur eine gehen. Wie viel ich hier sehe? Natürlich. Hallo. So, immer kurz mal dabei. Maxi! Er ist in der Zelle! Ja, in der... Ach, okay. Oh! Die Innerzelle? Proben wahrscheinlich. Oh, f*** ich. Jay ist es auch. Vorsicht. Der Jay? Was? Okay. Jay und Blackfly. Du bist ja dated, Toto. Ich vertraue euch. Ja, ich bin... Ich bin... Ich bin geboomerangt worden. Second Chance hat gebrockt. Das ist ja ne Lüge. Oh, scheiße. Maxi, hab ich Toto. Gibt's Jay. Einer von der beiden Computer. Maxi. Maxi ist wieder gekommen. Verlogen. Entweder bist du das unten oder oben. Ich bin in der Duschebrad. Dann ist der oben. Bist du tot? Er ist gerade abgeflogen. Ich will dir da was essen, was? Ja, wo bist du? F*** ich. Hast du ein Rad da? Japp. Ja. Ach, was machst du denn? Läufst du weg? Ja, ich kann ja nicht zu dir rennen. Ich hab kein Radar. Hör doch stehen. Ist doch viel einfacher für uns beide. Hast du aber einen Vorteil. Ach, pappelapapp. Ich hab's jetzt nicht gefunden. Schade. Ja und Jay, wenn du den Detective hilfst, musst du aufpassen, dass er nicht wiederbelebt wird. Also das ist ne 50% Chance. Ich kann auch den Schirm nehmen. Du wirst sie direkt überführen. Ich war gerade sehr verwirrt, warum der Toto noch redet. Aber okay. Ist das passiert? Toto hält sich in ihren Ideen. Ja, das ist ne Herzkarte. 50% Chance, dass du wiederbelebt wirst. Bei mir 0. Ja, ja. Bei mir 90. Können wir nicht irgendwie eine Zufall mal aufhören, das mal wirklich auszuzählen? Los, Maxi, wenn einer von uns das wird, müssen wir Toto töten und der andere muss stillschweigen bewahren. Hey Gott. Aber ich hab keine Waffe. Ja, dann musst du ihn verprügeln. Ich block ihn. Aber er zieht mich doch einfach weg, denn. Warum sollte er das tun? Ich bin ja dann nicht dein Teammate. Ah, okay. Autsch! Keiner hat so geschlagen, aber. Okay, also mach ich so. Das heißt, wir drei sind safe. Nein, sagen wir es so. Ich hätte geschossen. Ja, wir wollen gerade sagen, weil eine von uns beiden ist safe. Ja, Toto hätte bestimmt auch eskaliert, wenn er so. Nee, das glaub ich nicht. Nils. Das glaub ich nicht. Das stand zwischen zwei Leuten. Hau ab! Dann muss es Toto sein. Ey, hau ab! Wir beide sind safe und Maxi. Es muss Toto sein. Viele Leute. Er versucht, Toto in den Spiels umzudrehen. Viel zu viele Leute hier. Seid ihr in der Dusche? Was, Julie? Hundran? Will das exklusive Fass noch ballern? Ja, komm, wir gehen mal alle weg hier. Nein, nicht das exklusive Fass. Was war das denn? Machst du das? Ich glaub, das war ja aus der Zelle. Hundran, du hast dir wehgetan. Ich hab ein Geschrei. Hier liegt dein Blut. Wie hab ich das überhaupt hinbekommen? Ich weiß es nicht. Warum ist Hundran fast tot? Er hat Zellbrau gemacht. Er ist umgeknackst. Ich weiß nicht wie. Ich bin hier irgendwie gestolpert. Ich glaub, hier an dem Ding bin ich irgendwie... Fass oder so. Äh, ja. Nee, hier ist kein Fass. Oh, Julie steht daneben. Wenn er das sagt, dann muss es ja wohl stimmen. Nils muss es sein. Nick Fly ist tot. Ja, Nils ist es. Er schießt auf mich. Oh. Hundran gleich auf mich. Glaub ich das? Hundran gedroppt. Wartet, ich kann ihn gleich beleben. Äh, beleben. Okay. Grint ist der andere. Just do it. Bei mir ist Jay. Ja, dann geh mal weiter. Und ich bin DT. Ihr wisst ja, wie schade ich dort bin. Toto ist der andere. Leute, Toto, geh weiter. Das ist hier, in der Nähe. Jay, ich brauche jetzt eine Hilfe. Ja, ja, ja. Ich bin DT. Ja, ja. Guck mal, ob er in einem von den Räumen da unten ist. Dann willst du mich doch eher gleich... Nein, warum denn? Es ist... Ein Traitor war tot und einer ist Toto. Und hier kommt Fisk her. Es muss Toto sein. Der kann nur durch den Schach abgehauen sein. Auch nix. Können wir sich hinter der Tür verstecken? Oh, kann man. In der Dusche vielleicht? Wir wissen niemand. Glaub ich. Das ist nicht gut. Warum bist du nicht bei mir geblieben, Lalu? Oh, und Fisk ist noch da. Ich bin da, ja. Butch. Ich weiß nicht, was uns nur lebt. Jay und ich und der Trader. Hier sind viele Bord. Geht's mit Jay mit? Schützt mich. Ich weiß aber nicht, ob ich das möchte, dass du... Tau-Tau ist es. Wurde ja schon gecallt, aber wer weiß, wer ist. Es sieht alles gleich aus hier, dieses blöden Gefängnis. Wenn man kreist. Bist du überhaupt? Wo dich denn Nils? Weiß das wer? Waren doch nicht alle überall auf dem gleichen Haufen? Auf der einen Ecke? Wenn man wiederbelebt wird, darf man bei euch nicht reden, richtig? Ich hake kurz ein. Also ich bin schon tot. Wenn du von einem Traitor wiederbelebt wirst, darfst du reden. Wenn du von einem Dete wiederbelebt wirst, darfst du nicht reden. Wenn du selbst wiederbelebt wirst, darfst du reden. Und ich bin wieder ruhig. Dann. Ich finde niemanden. Wo bist du denn? Oh no! Du bist gar nicht selbst gestorben fürs Geld. Kommt der noch mit dem großen Ohr. Hab ich dir noch weh? Keinen mehr dickes. Das war eine starke Runde von Dill. Ich habe auf Grants Call gehofft, aber da kam nichts. Leute, wenn es euch gefallen hat, schaut gerne bei den anderen vorbei. Wir sehen uns in der nächsten Runde wieder. Macht's gut, bis dann und ciao. Ciao. Tschüss. Warum hat Grants nicht die Abmoderation gemacht?